die hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Minecraft Skyvlog Island mit dem AK und ähm ja das ist das erste mal dass ich nicht nah abends aufnehme das heißt ich kann so viel rumwollen wie ich will Bitches und ich hab mir vorgenommen dass wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle machen weil wir keine Kohle mehr haben oder nicht mehr viel da 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 und ich liebe es so dieser Musik anzufangen das mache ich glaub jetzt immer da da mit irgendeinem Beat von ksb ich bin grad von der Schule gekommen ja mach dein zweiter der Bitches benutze nur wenn hat so weit bauen wir denn jetzt mal sind die noch schön am wachsen im bitches hier muss ein riesen fenster rein da kommt nicht auf acht und zwei Uhr shit na 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 Oh geil, das ist doch mal geil. Das sieht scheiße aus, da kommt noch irgendwas cooles hin, hier kommt noch ein paar Bilderchen hin. Oh, das nimmt ja alles langsam richtig geil Gestalt an, das gefällt mir richtig. So, ich brauche Cobblestone, ich hab dir den Stopper nicht gestellt, geile Scheiße, und ich hab Durst. Wie gesagt, ich kam gerade von der Schule, es ist 14 Uhr. Ja, Unterricht war abfuck, ich habe heute mal ein Bild gepostet von meinem Essen, von meinem Frühstück. Und ja, aber sonst? Lol. Lol. Wo, die kriegen hier Schaden, Alter. Hä? 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 Wie verarschen? Äh, lol. Äh, ja, natürlich. Ich muss mich da aber eigentlich unten hinstellen. Da stell ich mich halt... So. Behindert. Mach ich da halt einen Cobblestone hin. Hä? Hä? Noll. Oh nein. Nicht gut. Oh. Äh, das sieht jetzt ziemlich un... Egal, ich mach da einfach auch noch einen hin. Und dann noch einen. Hier. So, jetzt sieht das wieder gleich aus. Vielleicht passiert das jetzt ja... Ja. Ich bewege mich da aber einfach die ganze Zeit. Alles funktioniert so. Wahrscheinlich klemm ich da irgendwo ein oder so. Egal. Egal. YOLO. Ja, heute ist weiter, wie gesagt, zum zehnten Mal. Ähm. Was mach ich denn? Scheiße. Was mach ich denn heute mal? Weiß noch nicht, was heute Abend geplant ist. Mal gucken. Vielleicht fahr ich zum Kumpel. Bisschen chillen. Chillen. Und ähm, ja. Ich hab mir gestern so eine übelst geile App runtergeladen. Diese Seitenmanager. Jetzt poste ich euch die ganze Zeit zu. Oh, das wird lustig. Jetzt kann ich euch die ganze Zeit zuspammen. Die ganze Zeit Bilders posten. Ich kann jetzt mal ein Bild posten. Moment. Seid ihr live dabei? Äh, äh. So. So, äh, 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 Code eingeben. Äh, so hier, äh, äh, Statusakt Foto teilen. Foto aufnehmen. So, hier. Tja. Kann man mich schon richtig gut erkennen. Ja, kann man sogar. Ich mach einfach nur ein Bild von meinem Hauptmonitor. Live dabei seid ihr, Leute. Und das Bild wird für unser Facebook-Page hochgeladen. hochgeladen die im übrigen auch in der video beschreibung findet das sieht scheiße aus mann ist so von der seite macht ich bin voll geil aus wo mir das sieht geil aus war verschwommen aber ich bin so ein spaß die alter so das ist gut speichern zeit zeit zum aufnehmen nein aufnehmen ihr bitches zeit zum aufnehmen perfekte wird geladen wird gepostet live in der aufnahme erst mal ein bild auf facebook posten geht ab also wie gesagt wenn ihr immer auf den neuesten stand sein wollte euch mal wieder nichts anzeigt dann gleich unsere facebook seite da wird täglich täglich nur scheiße gepostet ach so der status kann nicht gepostet werden weil sie keine internet verbindung haben wir jetzt mal ach während der post kann ich weiter zocken so wo waren wir denn wir haben steintreppen hergestellt die möchte ich hier mit austauschen das sieht mich mit steintreppen besser auf ansonsten sie das nämlich gar nicht hast du nur geilen sitzecke aus und das soll ja nach was aussehen hier hier auch hier kommt auch eine geile sitzecke hin aber hier kommt habe ich gepostet ist gepostet irgendwann vor fünf stunden ach doch jetzt wird was geladen da jawoll zeit zum aufnehmen dann machen wir uns mal schnell eine neue spitzhacke scheiße habe ich noch irgendwo cobblestone ja hab ich noch ein neues lied einwählen da hat es irgendwie voll wenig licht hier in der ecke schon 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 jetzt ja ja Nein. Die möchte ich aber so haben. Zack, zack. Da auch noch eine. Ja. Cool. Und da habe ich direkt was vom Seitenmanager bekommen. Jemand hat meinen Status kommentiert. Was, das gefällt jetzt schon vier Personen? Ja, fünf Personen. Mach mal ein paar Videos mit dem DBZ-Mod. Der ist hammergeil. Oh, das haben wir auch noch. Den DBZ-Mod, den kann ich mir mal angucken. Aber das hier ist ja... Das mache ich da mal in so einem Special, wenn der mir gefällt. So, das ist jetzt noch so zirte hier. Wo sind meine Spinnweben? Da. Meine Strings. So geht das, ne? Ach, scheiße. Doch, 13. Perfekt. So, dann mache ich mal ein paar Bilder. Wie geht das? Wie ging das denn? So. Ey, wie ging das denn nochmal? Ne, so gehen Schilder. So geht ein Bild, oder? Ach, ne, Quatsch. Ähm. Glaube ich, dass es so war. Ja. Gut, dann machen wir erstmal ein Bild. Na, 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 na. Na, 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 na. Die Bieter-LP. Obwohl, das würde ich direkt darüber haben. Diese Zweier-Bilder von dem Text-to-Package finde ich auch extrem geil. Die hier. Die finde ich so heftig. Die sind richtig, wirklich... Die gefallen mir richtig gut. Na, 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 na. Sechs Bilder erstmal. Also hier will ich auf jeden Fall so ein kleines haben erstmal. Na, scheiß drauf. Ne, das mache ich da oben hin. Und dann mache ich hier so zwei... So. Hier portet sich irgendwer durch mein Haus. Ja, ein Kühlschrank, natürlich. So. Ja. Aber nicht das. Ich will da ein anderes kleines Bildes... Das will ich. So. Ja, hier will ich das. Obwohl... Ja, doch. Passt schon. Passt schon, passt schon. Hier kommt ein großes hin. Ich kenne echt so ein richtig großes. Oh. Hallo. Das hätte ich dann aber gerne... Lieber da. Ja. Und das hätte ich jetzt wieder lieber rum da. Ja, das mache ich dann auch da hin. Oh, das sieht geil aus. Na, nicht zweimal. Oh nein. Ich will noch so ein... ...4x4 daneben haben. Und die Bilder backen ein bisschen... ...bisschen, ein bisschen, ein bisschen rum. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, kommt los. Jawohl. Ja, so passt das schon. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Bilder. Na, 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 na. Ah, da hat immer noch... ...jeden noch jemand mein Bild kommentiert. Ich bin keine Bitch. Ach, Leute, mir gefällt das. Oh mein Gott. Ich habe noch eine geile Idee. Ich habe noch eine geile Idee. Fuck, 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 fuck. So, was war denn heute? Was kann ich euch denn erzählen? In der Schule ist eigentlich nichts passiert. Langweilig wie immer. Ne, da kommt was Cooles hin. Wenn die hier nichts rumspinnen würden. Mach ich die da hin? Ne, mach die da hin. Jawohl, boom. Nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sei nicht so. Sei nicht so. Komm schon. Na komm. Jawohl. Boom. Geil, ey. Geil, ey. Oh, meine Pilze. Meine Pilze. Vielleicht brauchen die mehr Auslauf. Nein. Ich werde mich nochmal erkundigen. Und gucken, wie man eine richtige Pilzfarm baut. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ja, los. So. Kann ich noch ein bisschen mehr Kohle bauen. Holz habe ich ja so noch genug. Ah, oder auch nicht. Das heißt, ich darf bald wieder Holzfarm. Obwohl, gar nicht. Obwohl, oder mache ich den hier aus Stein? Nein. Ich weiß nicht, kann ich jetzt mit Zucker, kann ich doch Papier herstellen, oder nicht? Oder was kann ich aus Stein herstellen? Wie baut man denn dann Papier? Hä? I don't know. Egal, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich gehe jetzt aufs Spiel ein bisschen Stein und ein bisschen Holzfarm. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Minecraft Skyblock Island mit mir dem Arkay wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Schaut mal in die Beschreibung für unsere Facebook-Page. Dort wird immer häufig viel gepostet. Und, äh... Ja, das war's auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!